Energie-Generator Hätte ich meine Fackel gar nicht für verbrachen brauchen. Nee, ist egal. Heb dir die anderen bloß gut auf. Ich schau noch mal. Wenn ich jetzt hier rumrenne. Lüftungsschacht, 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 Lüftungsschacht. Lieber Xenomorph sei nicht dumm und fress mich endlich. Und wieso Xenomorph? Du weißt, wie er heißt. Hans-Peter Jürgen. Richtig. Ein Name, damit ich nicht so viel Angst habe, wenn ich das Alien sehe. Wir müssen wieder raus und dann begegnen wir wahrscheinlich unserem Freund. Und Phil hat es halt, glaube ich, hingekriegt. Da hat er den Typen schon an der Backe. Gott. Wie hat er das gemacht? Ich will es halt auch einfach mal herkriegen. Ist ja irgendwo ein Speicherpunkt gewesen? Nee, ne? Ich hab nix Piepsen hören. Ähm, wird da vorne wahrscheinlich. Na großem Hallo. Scheiß, scheiß, Lampe. Scheiß, fick den Lampe. Und alle brauchen einen Wartungsheber. Vielleicht, wenn du den Wartungsheber hast und dann nochmal rumrennst. Entschuldigung. Luthers will pay. Oh, jetzt können wir hier rein. Wir haben eben noch zu. Speicherpunkt, ich hörs Piepsen. Äh. Ah, da. Ich weiß schon, was ich heute Nacht auf jeden Fall nicht machen werde. Schlafen? Hintel abwärts, oder? Nur so ein bisschen. It's creepy, man. This shit is creeping me out. Och, komm mal, Schach. Matt. Weiß ich nicht. Also, beide Könige sind noch unbewegt. Beide Damen sind noch unbewegt. Schach, Matt, ist es noch nicht. Keiner von den Königen wird gerade aktuell bedroht, wenn ich sehe. Ich bin von einem Läufer. Das heißt, Kies. Oh, das ist so creepy. It's so fucking creepy. Oh, komm mal, Tonband. Oh, Gott. Oh, Gott. It's getting creepier by the second. I'm not sorry for talking English. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Dann kann der Mistkerse einen Rausch ausschaffen. Okay. Hier steckt der Hinweis. Findet in irgendeiner Kammer einen Wartungsheber. Okay. Oh, da ist er ja. Ich kann da noch nicht hin. Bei dieser Tür ist nämlich auch noch offen. Und hier ist auch Blut. Hier ist eine Menge Blut. Und hier steht irgendwas drauf. Wait. Waits. Light to us. Ja, okay, gut. Waits hat euch angelogen. Okay, gut. Ist eine Leiche dahinter? Nö, da ist schwarz. Ich erkenne auf jeden Fall nichts, was eine Leiche sein könnte. Gut, dann organisieren wir uns doch mal. Nee, das ist nur Wasser. Warte, warte. Hat es da runtergetropft? Wo? In einem Räumchen. Mit dem Vieh und Blut. Oh, Tatsache. Das ist Wasser aus dem Lüftungsschacht. Ich dachte schon. War das Wasser aus dem Lüftungsschacht? Das macht sogar durchaus Sinn, wenn die Luft da drin kondensiert. Okay. Und das Belüftungssystem nicht mehr ganz funktioniert. Dann passiert das leichter, dass Wasser dann in so Lüftungsschächten kondensiert. Genauso wie hier an der Tür ist ja auch Wasser auf dem Boden. Hm. Das ist sogar durchaus denkbar. Ich sollte das wissen. Scheiße. Das sieht eher so aus, als wenn er sich selber umgebracht hätte. Wobei ich sagen muss, dass der Wartungsgeber verdammt unblutig ist dafür, dass er mitten in der Blutleiche liegt. Hm. Das Spiel ist schon so ein bisschen brutal. Und Hecken. Was ist das für eine Laune? Chill. Ich schlaf gleich ein. Musik. Musik. Du musst mal öfters rennen, um das Alien vielleicht zu holen. Ja. Was sollte ich eigentlich tun? Aber ich bin ja eben schon unter dem Lüftungsschacht hin und her gerannt. Es ist nichts passiert. Ja. Deswegen. Einfach mal testen. Will war sich bestimmt auch ziemlich sicher. Und dann kam's. Wie kommt das Blut hier hoch? Vielleicht hätte er sich vorher schon verletzt. Beziehungsweise. Es sieht aus, als wenn es hier gewesen wäre. Und von dem Blutschmier her geht es von hier... Warte. Der Blutschmier geht von hier nach hier. Wetter dünner. Hier ist nochmal was ausgelutet. Die Blutschmier geht eigentlich in diese Richtung. Von dem wie es aussieht. Theoretisch. Aber hier fehlt ja die Leiche einfach so an der Lüftungsschacht. Und hier unten drunter ist halt nichts mehr. Da ist noch ein bisschen was hier auf dem Boden. So ein paar Tropfen, ja. Ich will eine Beschwerde anreichen. Bei der... Bei der höchsten Instanz. Boah! Pfff! Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Das Beschwerde ist, dass... Die Scheiß-Marshalls... Die sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station. Und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie... Irgendwas rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Musst du dir den so genau angucken? Ja. Warum? Für die Wissenschaft. Das funktioniert nicht mal. Scheiß auf die Wissenschaft. Gut. Wir haben uns darauf hingewiesen, dass wir bei dieser Klammern an der Tür sind, weil sie irgendwas draußen halten wollten. Äh... Das halten... Und drücken sie... Ah... Ah, okay. Weißt du, was mich viel mehr verstört an der ganzen Sache? Noch nicht. Das Alien ist ja eigentlich anscheinend ein Fleischfresser, richtig? Ja. Aber trotzdem ist keine einzige dieser Leichen irgendwie angeknabbert. Du weißt, was ich meine? Was ist das? Ich glaube... Ich bin... nirgendwo Blut aus ihm rauslaufen könnte, oder rausgelaufen sein könnte. Er ist verdammt sauber dafür, dass er tot sein soll. Ja, dann vielleicht irgendwie auf dem Hinterkopf irgendwas? Ich glaub nicht. Vielleicht ist es gar nicht so ein Blut. Aber warum ist er dann tot? Wer tot ist, hat halt einen Herzkost überbekommen. Achso, okay. Kann durchaus legitim passieren, wenn plötzlich ein Alien vor dir steht. Ja, aber dann wäre er angeknabbert gewesen. Irgendwie ist keiner der Leichen angeknabbert. Es gibt durchaus Leichen, die haben ein riesen Loch im Kopf. Was definitiv von dem Kino-Mau-Schwanz stammt. Ja, durchbohrt, aber nicht angeknabbert. Wollt ihr zerfressen? Das stimmt. Das Alien scheint die Leute nur umzubringen, irgendwie. Aber es frisst nicht. Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren... Beziehungsweise, wenn irgendjemand in den Kommentaren bitte irgendwie einen Hinweis hat, das doch irgendwie gefressen hat, dann bitte sagen. ...must doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Okay. Okay. Ich habe was im Lüpfungstabklappern hören. Moment, da muss ich speichern. Endlich speichert der Herr mal. Und dann rennen wir hin und her und gucken, ob das Alien kommt. Ich renne um diesen Tisch herum. Hier ist auch schon ein Schrank zum Verstecken. Sie haben diesen Estilendenz jetzt mal liebevoll vielleicht Bug behoben. Aber warum sollten Sie einen Bug beheben zu müssen, wenn es eine Map ist, auf der das Alien einfach noch nicht eingebaut werden musste? Hm. Außer, dass Sie benutzen die Maps eigentlich mal mehrmals. Also, ich kriege nicht einen Drehwurm, ne? Hm. Schaut auch nicht aufzutauchen. Ich höre nichts. Vielleicht doch nochmal unten probieren jetzt. Oh, Katzin. Ganz ruhig. Okay. Okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft es nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebiebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich ja auskennen. Nein. Ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommtzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Hallo, Süße. Siegson Communications befindet sich im Sistektron. Das ist ein ganz schönes Stück. Aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Was ist ... Was ist ... ... wenn man sich so bedenkt, was er so unbeart ... ... unter Umständen hier schon gesehen hat? Ich hätt das Ding auch nicht aufgemacht. Alien! Was? Wo? Nein, ich suche es gerade. Ich hab schon Panik, obwohl ich nur den Namen erwähne. Obwohl ich nur das Wesen erwähne. Entschuldigung. Man kann hier nichts riskieren. I'm nervous and so. Oh, hier kann man eigentlich bleiben. Hier ist schon dunkel. Hier sieht halt keiner. Neugierig. Was? Exit to Station. Ich kann nicht sprinten. Das ist gerade ein bisschen doof. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin Jan. Das ist drin. Wir sind ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Ich mag keine dunklen Orte. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Wow. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna? Na los, okay? Wieder rein. Es gibt mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich hab da Geräusche gehört. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Immer noch nicht sprinten. Oh, ich höre im Pieper. Weicherpunkt. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Ah, da. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Ähm. Ich bin eine Frau. Ich bin so drauf eingestellt. Was halten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Nein, ich wollte gerade sagen. Ich bin eine Frau. Hätte mich deswegen dafür zu blöd, einen Aufzug rufen zu können. Hm. Worauf warten Sie? Rücken Sie den Knopf? Achja, jetzt kann ich... Jetzt, jetzt plötzlich sollte ich den Knopf drücken. Ja? Den Fahrstuhl mir aufmachen wollen. Aber dann, wenn es darum geht, der Stockgang auszuwählen, dann... Dann soll ich plötzlich wissen, wo wir hinwollen. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los ist. Sofort! Da weiß er nicht, was er will. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig einfläch. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen, ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes? Ein Monster? Ein Monster? Ein Monster? Ein Monster? Monster 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 Monster. Ich kann nicht sprinten, ich kann es doch gar nicht anloggen gerade. Hm. Verdammt! Wir müssen hier weg! Hier lang! Runter! Was? 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 Ich habe jemanden gesehen! Was? 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 Das ist hier noch einer! Erger! Wir müssen an denen vorbei! ich kann hier nicht weg du vollidiot also wenn das ist eigentlich anlockt weiß ich auch nicht ich habe ein schuss doch auf dem fahr auf dem fass auf meiner seite wir immer was da hingekommen ist ich weiß echt nicht wie wir weg kommen sollen in dem moment kurz nachlebt sofort los sprinten das hat weh ich bin den schon mal über den weg gelaufen nicht mal nette typen wie mich ich bin schockiert ich zieh sie nicht auf wenn sie sich bemerkbar machen wollen bitte ist ihre benedigung die waffen sind nicht zum spielen da jemand muss etwas unternehmen das machen sie man nennt es überleben naja alle wenden sich gegeneinander die angst macht die leute verrückt ist mir schon aufgefallen ich liebe es ist rippel ist der kosmos was soll ich sagen mein butler hat gerade urlaub nehmen sie sich was sie brauchen wer weiß wann sie noch mal die gelegenheit kriegen ich verstecke mich schon eine woche hier und warte auf ein schiff warte auf sie es scheint das ist der leuchtfackel es kann hier nicht dunkel werden sie sollten sich die taschenlampe da drüben schnappen nehmen sie genug batterien mit eine taschenlampe oder ist das gut das kann für ein geräusch aber leuchten sie nicht mit dem ding rum nicht dass wir erwischt werden dann los ja axel ist okay lass mich erstmal in ruhe speichern muss überall meine karte reinstecken was nicht was du jetzt wieder denkst und nun ich behalte ein auge auf den lüftungsschacht irgendwo hier ist noch einer ich habe ihn markiert damit ich ihn nicht vergesse hier vielleicht wenn sie sich umschauen wir gehen nirgendwo hin bis sie nicht den schacht gefunden haben ich hier im kreis laufe irgendwo war der lüftungsschacht vorbei ja ich bemühe mich ja gerade ordentliches anzulocken was muss ich hier einfach nicht ähm lass die taschenlampe nicht so lange brennen schnufi ich wusste dass er hier irgendwo ist du weißt batterien sind nur begrenzt stimmt ich habe kein schwarzes vier angelockt gekriegt damit ich würde nicht zwischen diesen komischen funken daneben reinklettern wollen diese lüftungsschacht aber ok wir machen es einfach mal du wir über es b ein Vielen Dank.